2017 war für Stihl erneut ein Rekordjahr und das in dreifacher Hinsicht. Wir haben einen Umsatzrekord von 3,8 Milliarden Euro erzielt, erstmals weltweit mehr als 10 Millionen Motoreinheiten verkauft und die Mitarbeiterzahl ist auf über 15.800 gestiegen. Wir haben deutlich Marktanteile hinzugewonnen und konnten unsere Spitzenposition in den Weltmärkten ausbauen. Zu den stärksten Märkten gehörten erneut Nordamerika und Westeuropa. Und auch Asien und Ozeanien erzielten überdurchschnittliches Wachstum. Besonders beliebt bei unseren Kunden waren die neu eingeführten Akkuprodukte für Privatanwender. Sie haben weltweit einen starken Nachfrageschub ausgelöst. Aber auch im traditionellen Benzinsegment ist der Absatz überdurchschnittlich gestiegen. Um Stihlprodukte noch attraktiver zu machen, standen 2017 viele unserer Aktivitäten im Zeichen der Digitalisierung. Langfristiges Potenzial sehen wir in den Geschäftsfeldern Smart Garden, Forst 4.0, Advanced Landscaping sowie bei den Themen Flottenmanagement und Diebstahlschutz. Im Zentrum stehen dabei nach wie vor unsere robusten und zuverlässigen Produkte in Stihl-Spitzenqualität. Diese statten wir mit neuen Technologien, Software und smarten Services aus. So entsteht ein echter Mehrwert für unsere Endkunden und Fachhändler. We give you an Ihren und